Musik Es gefällt mir sehr gut, man lernt immer was Neues. Die Turnierspiele waren ganz stark, aber auch das Training. Musik Also die haben mir sehr gut gefallen, vor allem mit dem Abschlussspielen. Das mit dem Waffeplatten. Musik Das hat mir sehr gut gefallen, weil man halt auch bei anderen Sachen macht, als im Training. Und genau. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.